Hallo und Willkommen zurück zu UMSI 2, der Omnibus Simulator. Wir befinden uns weiterhin auf dem Freeway Add-on Allheim Version 4 und fahren heute die Rücktour der Linie 135 hier vom Altenheim in Tillmannsdorf wieder zurück nach Eichenhöhe Bahnhof und das Ganze machen wir auch auf der Rücktour mit dem MAN A40, dem Bremer MAN, den GL sozusagen, weil 18,75 Meter aber in dem Falle natürlich in der Dresden-Mod. Ja, das gute Stück, ich habe es jetzt extra nochmal nachgeschaut, hat einen Euro5-EEV-Motor im Heck mit 320 PS und daran angeschnallt ein Automatik-Schaltgetriebe von Void. So, ansonsten das Voll-Repaint hier habe ich euch ja nun schon mehrfach erklärt und gezeigt zu finden in der Webdisk. Wer da noch sucht, wird es finden. Die Leute warten schon, dann steigen wir mal, lassen wir sie einsteigen. Ich mache mal das gute Stück schon an. Hallo. Zwei Minuten hätten wir noch und ich glaube, da braucht nämlich ein klein wenig Luft, bis da so weit ist. Deswegen, ja, so, gucken wir doch mal auf den Fahrplan. Oh, das ist aber ganz böse hier. Also, was kommen wir denn an? Wir kommen direkt Eichenhöhe Bahnhof, Steig 1A an. Achso, und dann geht es wahrscheinlich rüber auf den Pausenplatz. So vermute ich das mal. Ansonsten geht es wahrscheinlich dann direkt auf der nächsten Linie weiter, aber ich denke mal, das ist Ankunft und dann geht es auf den Pausenplatz. Dann schauen wir mal, ob wir das so hinbekommen werden. Noch ist ein wenig Zeit, aber ich kann mich ja schon mal abfahrtbereit machen. Ja, bereit mache ich mich auch mental für die Rücktour, weil wir haben ja doch das ein oder andere Stück, was etwas schmaler ist. Ich denke auch an die eine Kurve, wo ich jetzt rechts abbiegen muss, wo es aber auch nicht wirklich breit ist. Mal schauen, wie wir das da hinbekommen. Also ich, ihr dürft es euch ja nur angucken, wie ich das dann hinbekomme in Bezug dann auch möglichen Gegenverkehr etc. So, habe ich jetzt die Minute noch runtergelabert oder gesappelt oder wie auch immer. Er springt nicht um. Jetzt springt er um. Dann würde ich mal sagen, Türe zu. Und dann fahren wir mal ganz gemütlich los mit dem guten Stück hier. Erstmal hier wieder raus. Oh, da hinten kommt jemand. Hätte ich doch glatt gucken sollen, wie ich losgefahren bin. Naja. So, lassen wir uns mal überraschen, wie der Linienweg ist. Wir haben ja auch ein, zwei Kreisverkehre mit dabei, die auch nicht allzu groß sind. Naja, muss ich mich am Teil wirklich mal wieder bemühen, vernünftig zu fahren. Genauso wie ich hier das tun muss. So, das Schild sollten wir stehen lassen. Ah, da kommen wir nämlich schon im Gegenverkehr. Aber das passt. Das passt. Das passt. Das passt. Das passt. Das passt. Du bist auch. Du bist auch. Wartest du extra auf mich? Dankeschön, das finde ich freundlich. Oh, da läuft noch niemand, sonst muss ich aufpassen und nicht bepeilen. Guten Tag. Guten Tag. Okay, da ist abgebogen und von da ist es frei, dann können wir auch schön gemütlich rausfahren. Das ist optimal für mich. Hallo. Oh, wir müssen ganz schön auf dem Gast stehen bleiben, das dann hier hochkommt. Das ist doch steiler als wie gedacht. Man denkt das gar nicht. Kaiserstraße. Oh, voll und blau. Sehr schön. Oh, voll und blau. Oh, voll und blau. Untertitelung des ZDF, 2020 So, jetzt dürften wir auch mit dran sein. Ich denke, wir haben lang genug gestanden unter Ampel. Dann lösen wir uns. Wartest bitte. Dankeschön. 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 Hallo. Jetzt sehe ich die Ampel nicht mehr. Aber sie ist auf jeden Fall noch nicht grün. Jetzt ist sie grün. Du wartest. Dankeschön. 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 guten tag hallo so da vorne ist grün schauen wir doch mal ob wir das noch schaffen ich schaffe den Asien Danke und Sie. Schaffen wir das noch, bevor die Leute wieder losrennen hier. Diesmal haben wir es geschafft. Danke schön dafür. Danke schön. 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 Und den Kuhlgärten. So, noch einmal Kreisverkehr. Der dürfte einfacher zu fahren sein. Das fahre ich zumindest mal. So, wie sieht es denn aus? Das passt. Gerade so. Gut. Da ist aber niemand. Können wir gleich durchrollen. Geklingelt hat auch niemand. Gut. So, und ab jetzt wird es dann uneben. Und dann kommt bestimmt auch gleich die Kurve, von der ich Anfang des Videos sprach. Schauen wir mal. So, hier müssen wir Gas geben. Hier geht es ordentlich breit hoch. Ja, Gas geben ist ja eine Sache. Unebene vorbein. Hallö, Jan. Hallo. So, dann schauen wir mal. Ich sehe ja schon den Pfeil. Aber ich muss trotzdem erstmal auf meiner Vorspur bleiben. so, ich würde gerne ausholen wollen hier. Und da müssen wir rein. Gut, das hat man hingekriegt. Da hatte ich ein bisschen Angst davor. Ja, ich gebe es ja ehrlich zu. So, hier fahren wir ein bisschen gemütlich durch. Weil hier ist es wirklich schmal. ich sehe, nie. 10,6 Meter, da ist es ja. So, gleich wird es wieder besser straßentechnisch gesehen. So, gleich wird es wieder besser. 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 Das ist aber schön, dass wir gleich green bekommen. So, gleich wird es wieder besser. Hallo. 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 So, irgendwie habe ich jetzt bei der Rücktour das Gefühl, ich sitze unbequem, aber irgendwie muss es gehen. Ich kriege das schon hin. Yeah. So, ich interesse. Bring your back, baby. Ihr lasst mich raus. Das finde ich ja sehr nett. So, lasst er mich dann auch noch auf die linke Spur. Dankeschön. Das ist ja direkt immer nett hier. Sorry, das war knapp. Ne, alles gut, Leute. Alles gut. Ich wollte nur dem Golf da nicht die Ecke wegfahren. So, dann einmal hier Eckenfeld Bahnhof oder Erkenfeld Bahnhof. Hallo. So, jetzt muss ich mal schauen, dass ich das ein bisschen gescheiter fahre. Wo ist denn die Durchfahrt? Die ist mehr da, also werde ich das mehr rechts anfahren. Auch wenn ich mich eigentlich links einordnen sollte. Jetzt. Weil dann treffe ich nämlich hier die Durchfahrt besser. Und dann komme ich auch schöner rum hier. Genau, so wollte ich das. Und dann weiter hier. Stadteinwärts, bitte. Stadteinwärts, bitte. Flitzeinwärts, bitte. Stadteinwärts, bitte. Stadteinwärts, bitte. Also da Hallo? Oh, das ist Mist. Ich habe gedacht, ich kann hier schön mitziehen, aber dass es hier schmoll wird, wusste ich nicht mehr. Hallo? 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 Es ist Moment. Ich bin bei Me контр跨 evidence. Es ist Maschinen in Meerdesinauidas und Sieg von Bienen. Ho envie es Ihnen vielleicht laugh. Vielen Dank. Hallo. So, jetzt müssen wir auf jeden Fall warten, bis die Ampel uns was sagt hier vorne. Auf jeden Fall. Hallo. Ein Fahrschein bitte. Fahrschein 1,70 bitte. Dankeschön. Bitteschön. 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 Hallo. Ich möchte gerne ein normales Einzelticket haben. Dann 2,80 bitte. Bitteschön. So, wir dürfen. Jetzt habe ich nicht auf die Pfeile geguckt. Ich gehe mal davon aus. Wir müssen gerade aus. Gucken wir doch einfach nachträglich. Ja, müssen wir. So. 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 Ja, manchmal muss einiges noch geläuten werden. Danke, kommen Sie. Vielen Dank. Ein Kollege, halleschön. Schauen wir das Grün noch. Das schaffen wir doch glatt noch. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay. So, Busspur endet hier. Das würde ich sagen. Dann fahren wir mal richtig bis rechts rüber. Danke. Nein, ich muss das ja doch nicht dazu. Das war's. Das war's. Stitzwiese. Nicht Sitzwiese, wie ich es im letzten Video sagte. Stitzwiese. Entschuldigung für den Versprecher. Dann jetzt noch nachträglich. Hallo. Schüler. 1,70 bitte. Bitteschön. Hallöchen. Hallöchen. Alle mit Vorschein. Sehr schön. Wie voll ist es denn mittlerweile mal hier? Ordentlich gefüllt, aber geht auf jeden Fall noch was. So. Abfahrt. Nicht hier rumtrödeln. Es geht weiter, auch wenn wir uns dem Ziel mit großen Schritten nähern. Ein Stückchen ist noch nicht mehr so weit. So, dann gucken wir mal. Das find ich grenzwertig, was du da machst. Aber da ist Platz. gehen wir da rum ohne dass ich dir was wegfahre ah das wird nichts oder? na ich hab's gesagt ich hab's gesagt es passt nicht wirklich aber hättest mit deinem Golf auch nie zurückfahren können bitte haben wir doch noch einen Unfall gebaut kurz vor dem Ende vor dem Ende so ihr wollt echt die eine Haltestelle noch metallischen 1,70 bitte bitteschön umsteigemöglichkeit zur S-Bahn-Liebe 8 sowie zum Regionalverkehr die eine Haltestelle bitte ausreichend was werden jetzt? Leute wo kommt denn der jetzt her? sorry den wollte ich nicht wirklich mitnehmen keine Ahnung wo der jetzt herkommt so 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 So, wenn ich es richtig im Kopf habe, aber ich gucke noch mal nach. 1A Angriff, genau. 1A Angriff, genau. 1A Angriff, genau. 1A Angriff, genau. Oh, wie komme ich denn jetzt auf die 2B? 17.43, das heißt, ich habe noch ein bisschen Pause. Ich freue mich jetzt erstmal auf den Pausenplatz, den es da gibt. So, Türen zu. Dann schauen wir mal, dass wir dann hier rüberfahren dürfen, wenn Platz ist. Dann schauen wir mal, dass wir hier noch nicht durch können. Ne, ich freue jetzt erstmal auf den Pausenplatz, der ist nämlich hier hüben. Da, wo wir auch im vorhergehenden Video gestartet sind. Ja gut, die Ansagen werde ich gleich korrigieren. Und jetzt tue ich erst einmal das gute Stück hier abstellen. So, da sind wir nämlich auch angekommen. Zack, rumfahren tun wir dann als nächstes. So, das war jetzt auch. So, schauen wir mal, dass der Kollege schön vorbeipasst hier. Aber das sollte eigentlich gut passen. Das hat doch gepasst. So, und da sind wir nämlich auch wieder zurück. Eichenhöhe Bahnhof mit der Linie 135 und gleichzeitig am Teil dann auch die Rücktour geschafft. Ja, mit, schade, zwei Unfällen drin. Mehr oder weniger unverschuldet, würde ich jetzt mal behaupten. Aber vielleicht sieht das ja der ein oder andere anders. So, jetzt habe ich einen relativ kurzen Weg bis in den Betriebshof, um das gute Stück abzustellen. Nämlich der ist gleich hier hinter den Bahnschienen. Und dann hole ich mal ein anderes Fahrzeug. Und dann fahren wir im nächsten Video die 136. Ich hoffe es hat gefallen und ihr möchtet dann auch da wieder mit dabei sein. Und bis dahin sage ich erst einmal, während im Hintergrund der Doppelstockzug uns verlässt. Tschüss.